Hallo und willkommen zu unserer kleinen Letzt-Test-Serie. Heute spielen wir Magical Diary Horsehole. Ja, ja, hallo. Willkommen zu Letzt-Test. Wir werden eben Magical Diary spielen. Das ist das nächste auf der Liste der Demos. Und, ja, ich habe keine Ahnung, was mich zu erwarten hat, denn da etwas mit Frauen, die sich verflügeln mit und ein Stab haben und soweit. Ich, äh, oh ja, ich will das Spiel kaufen jetzt, ja. Ich schaue es erst in die Open-Serie ein. Äh, Text-Speed, Auto-Place-Speed, äh, Fullscreen, ja, das schon, ne, blablabla, blablabla. Äh, stu-te-f-musik, musik hier, ah, musik hier, musik ganz oben. Ja, und da, return. Oh, ist der Händchen. Ah, 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 new game. Ähm, oh, ich kann mein Style auswählen. Ja, haha, 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 haha. Aber ich nehme die, ähm, hartz-violett, haha, 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 nee, war, ich mach so'n grün. hihihi welches Faze nehme ich ähm I-Color hab ich auch so'n grün äh nicht blau ich so'n so'n grün ja das das green color hee ok machen wir so und dann ich bin jetzt halt nur ein bisschen ja ist gut als Fächer jetzt ausdacht auf 3 years ago on my 13th birthday das hat an einem dreizehnten Geburtstag gestattet drei Jahre her. Ich wollte empfangen nicht spielen mit meinen Freunden, aber dann wollte ich aus dem Weg eines Mädchens springen, das mit am Nachrennen war, und dann sprang ich zu High und ich flog über die Hecke. Zuerst konnte ich nicht glauben, dass was gerade passiert ist, niemand anders auch nicht. In ein paar Minuten, sie waren alle überzeugt, dass nichts spezielles passiert ist, und am nächsten Tag eine komische alte Dame, eine mysteriöse alte Dame, kam zu meiner Tür und offerierte mir eine Wahl für meine Zukunft. Und jetzt bin ich hier, 16, auf dem Weg zu Iris Academy, eine Schule für Magie. Die Schule ist versteckt in so grünen Hügeln, 150 Kilometer Meilen von meinem Heim New Hampshire. Meine Eltern haben mich hier rausgefahren, und wir haben da auch schon Schiss gesagt. Ich habe sie gefragt, ob ich am Außenrand der Schule abwerfen habe, dass ich den Rest des Weglaufen könnte. Ich weiß nicht wieso. Ich hörte, Papi würde, äh, mein Englisch ist so, ne, ich sollte es eigentlich können. Mann, verdammt. Ich hörte, mein Vater würde weinen und würde einen ganzen Scheiß über mich sagen, ich meine so, also, mich wegzulassen, erwählte mich nicht weg. Und, äh, sie will nicht so gesehen werden. Ich bin überrascht, dass Vater mitmachte, und er war immer ein bisschen, äh, beschützend. Vielleicht ist er endlich am, äh, äh, vielleicht sieht er endlich, dass ich nicht mehr ein kleines Mädchen bin. Ich will es nicht auslesen. Ah, ich muss mein Dings tragen. Ich hab' nicht viel, äh, ich hab' nicht viel klein mitgenommen. Ah, interessant. Ah, da ist es! Ah, wie viel muss ich lesen? Kann ich irgendwie... Option, Option. Ähm... Apostel. Äh, ähm... Mann! Mann, Mann! Wo kann ich... Mann! Ich glaub' ich kann nicht... Ach du meine Scheiße... Ne... Ach, was ist das? Max. Ich glaub' dann liet jetzt ihm wieder etwas. Ah, mach' das! geht nicht gut okay aber das ist einfach nicht schule sie sieht ein paar geliebt so richtige mädchen wo habe ich also mein Zeugs weg die Zahne nicht herunter um ich bin in der Moment der reingelaufen ich verkehrte das oh nein tut mir leid, eh das bin ich Master Green Hair das ist ein Professor tut mir leid, Sir das ist keine Frau oh ok man, ja, das ist der Mann das finde ich auf dem Mann, irgendwie naja, er hat ein schönes Ding, ich bin schon verliebt ich kann, ich lese es gar nicht mehr ah, Windows Movie Maker wow oh ja, ich bin noch nicht mal richtig zur Schulgang und ein leer hast so naja, ich habe ein Ding, Dormitory ich habe mädchenplatz da, Dingsbums gefunden äh, das sind neun Türen neun Türen da ähm, kann ich da irgendwo reingehen ähm, ich weiß nicht was, wie ist das das ist, das ist, das ist Traum 3 ähm, ok, ich muss Traum 3 ähm, ok, ich muss Traum 3 neun Türen, sag ein Petzli ich will das Spiel nicht mehr hab, wie ist das ähm, ich habe da so'n Dings gefunden und jetzt, liebe Kinder ich bin in der Magical Diary und unser Petzelfeld das ist meine, ähm, Kiste mein Brief, Dingsbums äh, ich, mein Deutsch ist so scheiße das ist voll und das ist mein Bett und ich lese viel ja, da sind noch mehr Bücher von mir und zu zwei Bettler ich weiß, da ist noch ein anderer Typ in oder Typ, Typ ah, wieder da, der Sibaf und so fact okay, ich bin sitting und sie war auf dem Bett aber dann war sie nicht mehr da sie war auf dem Bett, aber ich hat sie das Bett ist dir ich will nicht das gleiche ähm, ähm hallo? du bist ein Pferd du bist ein Pferd was? vit, 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 wie so ist denn so ist denn Pferd ähm, hat ein Pferd sie hat das Logo Pferd, Dingszeichen ähm ähm, ich hab's nicht so gemeint wie's getönt hast tu mir leid hallo, ich bin Mary hast du schon, äh, Thema Dingsbums, Bloms Ich bin Ellen. Das ist Virginias Bett. Aber sie ist rausgegangen und hat dem geredet. Ich wollte dich zu treffen. Von wo bist du? Virginia. Der State, I mean, der Stadt. Ich meine der Stadt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so von Virginia. Sie ist eigentlich auch von Virginia, was ich... Ja, ja, ja. Ich schaue um. Du hast keinen südlichen Akzent. Äh, äh, Brr-Görter. Was ist mit dir? New Hampshire. Nicht so weit weg von hier. Yeah. There aren't any kind. Es sieht keiner Peters hier. Äh, da habe ich meine alten Enzyklus. Äh, das ist... Das waren mal noch Zeiten, Kinder. Wir haben noch Enzykli... Äh, 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 äh. Wir haben noch keine Petersen gehabt, also ich meine, äh, 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 äh. Ähm, ähm, äh, du musst ein richtig gutes Student sein. Nicht wirklich. Ich hab was das... Hä, ich hab sie noch nicht mal geöffnet. Ich bin nicht so fähig für das. Sie, ich sag, sie hat Enzyklipledentdingsbums mitgenommen, aber sie öffnet sie nicht. Sie ist so unverantwortlich. Böse Frau. Ähm... Deutsch-Books are everything I could find out about now. Ich kann über Magie herausfinden. Magie! Yay, ich... Ich ist nicht super! Wir werden Hexen sein! Ich will auch ne Hexe sein! Wollt ihr nicht auch ne Hexe sein? Schreibt's euch in die Kommentare! Wie in den Filmen. Oh, super! Du bist... Wildsamen! I tell you, happy face! Happy face! Doppel happy face! Happy face-ception! Was heißt denn Wildsamen? Um... Hahaha... Ach du meine Scheiße... Hey! Rothaariges Mädchen! Anderes Mädchen! Anderes Mädchen! Anderes Mädchen-ception! Ich sag's halt, das ist immer Doppeltanz. Das ist sinnlos. Ah... Hm... Das Spiel ist zu unfähig. Also... Pfff! Ähm... Aber warte mal... Es... Meint... Äh... Ich meine, es... Bedeutet... Dass deine Eltern... NIEMALS... Magie... konnten! Wie eine wilde Blume! Ähm... Hä? Es ist auch ein Pferd! Es sind beide Pferde! Bin ich auch ein Pferd? Äh... Ah! Sie... Ah! Rote Böckchen! Ich und meine Familie sind alle... Magigial! So wusste ich immer, dass ich mal eine Hexe sein würde! Ich bin... Äh... Virginia! Der Staat! Sie hat eine ziemlich starke Hand! Ein Mann! Me? Äh... Gut, dich zu treffen! Also so! Ähm... Ist es ein Problem, wild zu sein? Sad face! Ich habe einen Professor getroffen! Und... Er war so... Unanständig zu mir! Ein Professor? Shaggy Black! Äh... Shaggy! Black here! Große Nase! Eintraue! Hrgh! Hrgh! Ja, ich bin so... In... 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 Professor Grabiner Grabiner Achso Er hasst mich Er hasst ALLE Scheiße So spielt's eigentlich keine Rolle Wie lang geht das noch? Er macht dir kein Sagen Und everybody's kind of g- All sind Haben Angst vor Grabschmonster Bequalt Er ist ein Monster William William hat den Meme von ihm gewarnt Wer ist William? Ich muss jetzt ein bisschen Stimmen machen Das ist jetzt zu vergehen Mein Big Battle Größer Er ist ein Senior Donalds Frischmann Wie wir Sie sind in Wolfhalle Oh Aber genug Von Jungs Was Was machst du für'n Sport? Was magst du? Kann ich doch mal regnet was? Machten? Ich meine Cute Was? Ähm Was ist mit dir, Mary? Ähm Ich denke ich bin Jo ja Ich bin den besten am Treppen Ich mag zu rennen Ja ich mag zu rennen Jolex Jolex Äh Deine Beine Ihr Arme Und Mein Kämpferischer Geist Werden Werden Voll abgehen Los Pferde Ja 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 Das sind Das sind Pound Die Grenzen Ähm Pounders Was ist das? Ähm Keine Ahnung Aber das ist nicht ein richtiger Sport Aber Es gibt ein Eine 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 Turnhalle Und wir können Wir können dort Starten Äh Wir können dort Unser eigenes Sportteam starten Äh Wenn wir rollen Richtig, Mary? Ähm Ich denke schon So, wieso Äh Tut mir leid, tut mir leid Ich bin Ich bin hier überrollen Ich war Ich war Ähm Ich werde dich Unpack Äh Auspacken lassen Komm Ellen Ich werde dich Meinen Brüdern Vorstellen Äh Okay Äh Okay Äh Äh Will ich die Jungs treffen Oder will ich hierbleiben Ich will hierbleiben Okay Äh Ich werde euch später sehen Ähm Wie lange hab ich Äh 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 Nicht vergessen Nicht vergessen Nicht vergessen, Mary! Ähm Dingsbums Orientation Ähm Orientation ist zu mehr Ich weiß nicht was es ist Und du kannst dann wieder Grabschmann sehen Jaaaa Super 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 Ich denke ich bleib besser Und Tue mein Zeug weg Äh Alles Bewegt sich so schnell hier Und Ich will nicht zurückgelassen werden Ähm Morgen werde ich Maggi lernen Um 9 Uhr am Montagmorgen Montagmorgen Alle Frechmänner Versammeln sich in der Gym Gymnasium Ähm In der Turnhalle Ähm Ähm Äh Sie tragen alle Umhänge Und Robben Und Robben Und Robben Und Robben Und Robben Äh Wie ich? Aber sie sind nicht so wie ich Einer Katze Einer Katze Oh nein Das ist ja von der Perspektive von mir Wie heißt ich eigentlich Ich heiße ja Mary Ein Junge hat Haarige Ohren Und ein langer Ein langer Haariger Schwanz Ein Mädchen hat Ähm Glitzernde Flügel Und Sie sieht aus wie ein Vampir Wo sind die Zähne? Ähm Heißt es das ein geborene Hexe zu sein? Etwas zu sein Etwas anders zu sein als ein normaler Mensch Virginia sieht normal aus Aber sie könnte etwas verstecken Unter Ähm Ihre Ihren Robben Ähm Nein Das ist doch Das ist doch verrückt The The muttering and shuffling of students drop off as someone steps up to the podium Ähm Ja Ja Romantic Music Wursch Hallo meine La Hallo meine lieben Blumen Kumpels Willkommen zu dieser Willkommen zu Iris Schule Ähm Ich Schade zu uploadieren Aber stoppe Als ich Als ich bemerke Dass niemand Anders Ähm Ich weiß nicht Ich will es nicht viel wissen Ich Ich Kann das nicht durchziehen AHHHHH Ähm Muss ich jetzt machen Ah ja jetzt komme ich erst zu den Exa Für Technik Für Die Schule hat Jungs Du Ähm Minis Bin ich blöd Ich hab da keine Ahnung Ach Hör Hör Wör 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 Sah Wör Okay, ich habe Biologie und so gemacht, plötzlich. Oh, ich habe schon die Schule fertig, glaube ich. Oh nein, es ist der zweite Tag. Oh, jetzt können wir uns das machen. Was kann ich machen? Black Magic Glass. Oh nein, schlafen gehen. Was ist das? Oh ja, okay. Was ist das für ein Scheiß? Ich will nicht studieren. Ich will Sport machen. Ich mache überall Sport. Ich bin... Oh, dann... Hm, das sind keine... Hallo, da. Ich sehe mich um und schaue... Ich kann nicht mehr spielen. Ich hasse es. Ich hasse das Spiel. Ich habe noch Furtheríoine widerfahren. Ich helfe diesen Schritt an. Ich habe alle Gente Sh FYS, Du hast du nicht vor 68キ loh foods gehabt? Ich nehme dich. Ich zieh mich. Die cualquiervos. Vielen Dank.